Hi, ich bin der Brani vom Autohaus Sieber und zeige euch heute den 2008 in der Vollausstattung. Wir haben hier einen 155 PS starken Benzinmotor, das Fahrzeug hat keine 23.000 km drauf und die Erstzulassung war im Februar 2021. Wie gesagt, das Fahrzeug ist eine Vollausstattung, sprich der hat die Voll-LED-Scheinwerfer, Alcantara-Sitze, 18 Zoll Leichtmetallfelgen, Panoramadach, Navi, Tempomat, alles was das Herz begehrt. Wenn ich euer Interesse wecken konnte, kommt gerne vorbei, macht eine Probefahrt, wir freuen uns auf euch.